Herzlich Willkommen zurück zu Don't Stuff Together mit Lu. Hi. Ja, geht weiter. Wir haben gegessen. Yeah. Und jetzt sind wir rülpsig. Gut gemacht. Hast du gut rausgedrückt. Ja, nee, der war tief in mir drin. Der war sehr tief. Was machen denn diese Maulwürfe? Sind die böse? Sind die lieb? Wollen die kuscheln? Es wird auf jeden Fall leicht dunkel, ne? Weiß ja. Das dauert doch noch. Ich hab grad irgendein Monster gehört. Oder waren es Bufels? Bufels? Wann ist Bufels? I shall have to wait. Also Gold hab ich, glaub ich, genug. Ich hab 16 Gold. Man kann nie genug Gold haben. Das Problem ist, ich hab schon 40, 61 Steine. So viele Steine. Sollte mal irgendwann ne Base. Ich kann keinen Flint mehr tragen. Ich hab auch 40 Flint schon. Hast du gut gemacht. Ja. Bist du ein Draufgänger? Ja. Ich renne jetzt durch den Sumpf. Weil ich's kann. Run Chester, run! Hast du Sumpfgebiet? Kann Chester Schaden nehmen? Kann Chester kaputt gehen? Oh nein. Fragen, die sie sich jetzt zu spät stellen. Wenn Chester tot ist, ist es zu spät. Chester? Chester, wo bist du? Chester! 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 Wenn man sie mal braucht. Ich bin ewig weit weg. Oh Gott, hier sind die Pferde. Hallo Pferde. Tschüss Pferde. Telltale Heart Trap. Light. Oh, Schweinchen. Ich brauch mal Holzstäbchen. Ich hab keine Stäbchen mehr. So viele Freunde, aber keine. Machen wir jetzt hier so ein provisorisches Feuer hin erstmal. Ich weiß nicht, wie's mit dir aussieht. Ich sammel Bären. Was tust du? Sammel du mal Bären. Abigail ist ready to play. She needs some what? Some space. Some space? Some space? What space? Hast du jetzt ne Abigail ready? Ich weiß nicht. Sie anscheinend braucht sie space. Aber ich weiß nicht, wie ich das wirklich sind. Wahrscheinlich musst du es am Grab machen oder so. Blümchen. In welchem Grab? Ja, in irgendeinem Grab halt. What the fuck? Ach, ich zieh die über Gold rum, weil ich sie nicht mitnehmen kann. Mermhead. Es gibt mehr Männer. Oh Gott, ich will nicht am Meer sein. Hilfe. Es gibt mehr Männer. Oh fuck. Oh shit. Oh fuck. Oh. Hallo. Keine bösen Wörter. Oh shit. Oh Pupsi. Alles gut. Okay. Dann bin ich beruhigt. Ich koche mir ne Birkennuss. Ne Birkennuss? Ich hab auch kein Essen mehr. Ich muss ja mal gezielt Essen suchen. Ich hab ganz viel Essen. Ich hab 15 Karottchen. Und 15 Bärchen. Okay. Die koche ich mir jetzt. Wenn ich mir so ein Holz... So ein Krüppelbaum hier... Kriege ich dann Holz... Ne. Kriege ich nur Cones. Ja geil. Ich brauch doch keine Cones. Ich brauch Stickys. Muss ich die droppen? Dropper like it's hot? Ne. Ach das Essen wird dir auch ver... Das gammelt dir auch. Toll. Petals Essen bringt null. Happy Gale. Komm spielen. Komm spielen. Ich will nicht alleine sein. Kann ich eigentlich raus? Ich kann mit meinem Helm rausgehen. Aber nicht so weit hab ich das Gefühl. Das ist wahrscheinlich nicht gut für deine... Für meine... Für meine Tüche. Wenn runter um mich herum... Alles dunkel ist. Diese Meermännerköpfe... Die... Die verstören mich. Ganz schön. Better him than me. Nein, meine Sanity. Oh Gott. Ist ein Baum gewachsen? Ne, ein Truthahn. Truthahn kam aus dem Busch. Ein Truthahn. So viele Schweine. Hallo. Haut ihr mich, wenn ich hier so durchrenne? Ne, ne? Ihr seid lieb. Ein Truthahn. Truthahn? Da sind Stickys. Ich brauch Stickys. Also irgendwie ist die Welt ja scheiße hier. Ja, ich glaub auch. Ich hab auch noch keinen wirklichen... Ich bin... Ich lauf jetzt gerade die ganze Zeit am Wasserrand entlang. Meinst du, Meermänner können auch hier so hoch springen einfach? Ich mein nicht. Ich mein nicht. Ich hab nur ihre aufgespießten Köpfe gesehen bis jetzt. Ach so. Die waren gruselig. Gut. Das ist ne gute Einladung auf jeden Fall. Kann man mal machen. Kann man mal Hi sagen. Kann man auch mal Hallo sagen. Kann man auch mal klatschen. Was? Ja. Das verstehe ich nicht. Den hab ich nicht verstanden. Der war nicht gut. Was ist das denn da? Eis. Glaub ich. Ja. Was mach ich damit? Schmolzen. Schmolzen? Schmolzen. Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Was fragst du mich Sachen? Maxwells. Pick up gears. Komm ich riskier's. Pass auf. Die schießen. Sollen sie schießen? Ich glaub das sind die Schießer. Ja ja. Sollen sie halt schießen? Ja das sind die Schießer. Ich sammle die gears trotzdem auf. Bin ich schon wieder beim Sumpf. Nein 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 nein. Hehehehehe. Ich hab's den beklaut. Oh nein mein Helm ist aus. Oh nein. Verbraucht der. Ja der verbraucht der. Oh jetzt ist er null. Ja. Ah jetzt hast du deinen Helm verschwendet. Good job. Aber er war so schön. Er war so hübsch. Er hat so schön geleuchtet. Was sind das für Viecher? Das sind so. So viele Spinnen. So. Oh ja die Grasbüschel brauche ich. Dann kann ich endlich mal Stuff bauen. Wir müssen uns mal hier eine Base bauen irgendwo. Aber wir finden ja keinen guten Ort hier. Ich will zu den Büffeln. Das sind meine Freunde. Boah wie die Hasen schreien ey. Aber ich finde hier nur mega viele Schweine. Das wäre doch ganz gut bei den Schweinen zu wohnen. Ja aber die können auch ausrasten oder? Wenn du gemeint bist glaube ich. Oh hier ist ein Grab. Kann ich hier Abigail einpflanzen? Ne. Hier ist ein Grab. Kann ich Abigail einpflanzen? Ich verstehe nicht wie das funktioniert. Oh die Straße ist echt fix ey. Was ich tun muss. Jetzt habe ich auch mal diese Straße gesehen. Ja. Ich kann nichts mehr tragen. Das ist richtig kacke gerade. Ich hör Bienen. Nature is boring. Bist du nach links und unten gegangen oder links hoch? Ja ich war schon ganz links unten. Da habe ich schon alles aufgedeckt. Da sind die ganzen Schweine. Okay da ist Sumpf. Ich bin durch den Sumpf gerannt einmal kurz. Okay. Das war aber nur so ein kleiner Sumpf. Jetzt glaube ich gerade hier so links oben. Ich gehe weiter hoch. Links an der oberen Ecke entlang. Ich gehe weiter hoch. Guck was da zu holen gibt. Hier ist voll der Pfad. Der Pfad? Ja so übers Meer. Ins Meer. Und dann hört es einfach rauf. Hui. Und zurück. Dann kommen die Meermenschen raus. Ja. Und dann kommen die Meermenschen. Dann wollen die knuddeln. Ich kann mir ein Grass-Suit bauen. Den habe ich ja schon. Okay. Der macht Knobkelhüpf-Geräusche. Ich kann mir eine Trap bauen. Dann könnte ich noch Häschen. Aber dann muss ich ja. Besser ist dann wenn ich zu Hause bin. Wenn ich ein Zuhause habe. Home sweet home. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe mich so doll erschreckt. Weil so ein Schweinemensch hier Spinnen tötet. Und oh. Holy fuck. Holy shit. Fuck. Er ist doch froh, dass er Spinnen tötet und nicht die. Hab ich mich erschreckt. Ich hör Geräusche. Was ist das? Oh. Silk. Yay. Oh nein. Chester. Chester. Was ist hier für ein Gebiet? Muss das in dich stecken. Pick Green Mushroom. Ich sammle jetzt den Shit auf, den die fallen lassen. Ich habe einen Mushroom. Nein. Nicht fallen lassen. Gott damit Abigail. Ist ein bisschen wie der Zauberer von Oz hier die Straße. Ich meine doch Wendy nicht Abigail. Das ist doch alles ganz falsch. Hier ist ein Waschbär. Ganz viel Silk umsonst abgreifen. Dieser Weg wird ganz schön creepy. Was ist das? Was ist das für ein Maulwurf? Maulwurf? Achso. Ja, da war ich auch schon in meinem Maulwurf. Gott. Ich weiß nicht was die machen. Dieser Weg ist ganz schön crazy. Guck mal. Oh Gott. Spinnis. Nope. 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 Wo sind die Schweinis? Sind die schon schlafen? Nee. Was ist das da? Die Nachts will weg. Oh. Was denn? Den grünen Pilz zu essen war keine gute Idee. Hat der Schmerzen? Ich habe eine Panflöte gefunden. Wahhh. Meine böse Spinnen. Habe ich auch Angst. Hier ist noch ein Grabstein. Ich bin jetzt im Grabstein. Okay, ich habe jetzt hier so eine Statue und eine Panflöte gefunden daneben. Okay. Aber es passiert nichts, wenn ich daneben spiele. Okay. Pfff. Oh. Meine Axt ist kaputt. Chester. Guck mal hinter den Bauch. Ich habe hier noch so ein Schweinedorf mit König gefunden und so. Oh, da war ich noch nicht. Ich bin einfach der Straße gefolgt. Ja. Das sagst du so. Ja, einfach nach oben gefolgt, die Straße. Es gibt viele Straßen, okay. Die führen alle nach Rom. Warum? Warum wachsen diese Obelisken? Das verstehe ich nicht. Ups. War schon knapp. Oh nein, jetzt habe ich die Kamera getreten. Ja, da gehen so Geister in die Obeliske und dann werden die groß. Das creept voll rum hier. Was? Wovon redest du? Ich sehe Dinge. Was ist das da für ein Baum? Hollow Stump. Ich habe halt keinen Platz im Inventar. Das ist voll abfuck. Ich muss mal kurz ein Feuerchen machen hier. So ein kleines. Ich mache jetzt ein Feuer mitten im Wald. Das wird bestimmt nicht schief gehen. Da ist ein Waschbär. Hier kann ich nicht. Hier kann ich. Hoffentlich will der mich nicht mobben, der Waschbär. Warum mache ich denn jetzt hier mit Abigail? Ich weiß es doch nicht. Du hast da echt ein Problem mit Abigail. Ja. Oh nein, es regnet. Es regnet. Ich habe keinen Hut. Ich habe... Ist das... War ich der Hut, den ich habe? Ich weiß nicht. Ich werde gerade nass. Abigail's Flower. Oh, das kann man auch basteln. Okay. Ähm. Irgendwie gibt es doch einen Regenschirm irgendwo. Gibt es echt einen? Den kann man bestimmt erst bauen, wenn man das Lager hat. Pretty Parasol? Ah. Brauchst du Petals für? Hab schon. Ich habe keinen. Äh. Bau den doch. Ich habe meine Petals gegessen. Oh Gott, diese Schatten. Ah, ist schön. Creep, Creep, Shadow. Geh weg. Oh Gott, diese Schatten. Geh los. Verlierst du deinen Verstand? Ja. Ist echt gut. Geht so Dan in a Stun. Es regnet immer noch auf Petals. Man sieht die... diese Gestalten ja immer noch tagsüber. Das ist uncool. Viel wichtiger, dass ich... Oh, ich habe jetzt viel gegessen. Ähm. Viel wichtiger ist die Frage, wie ich meine allerbeste Freundin auf der ganzen Welt bekomme. Viel wichtiger ist die Frage... Das Schwein hat mir die Kacke hier. Oh, man kann von den Schweinen jetzt auch Kacke sammeln. Das kann man schon lange. Es muss ihnen nur Enorms geben, oder? Ja, ja. Der hat mir gerade alles weggefressen, was ich hier hingelegt habe. Ach, ich habe zu viel Zeug. Oh Gott, diese Pferde, ne? Das Problem ist, ich will nichts weglegen. Ich treibe mich in den Wahnsinn. Und jetzt brauche ich auch kein Parasol mehr. Ach stimmt, es hat auch kein Zeug. Na, ich halte ihn trotzdem in der Hand. Sieht hübsch aus. Au. Ähm... Hier ist irgendwie nix. Hier drüben jetzt alles erkundet. Fast alles. Einen Fleck noch nicht erkundet, aber... Krieg ich ihn nicht. Das läuft ja. Oh, der ist ja voll knumpelig. Nein, nicht den Waschbären. Oh. Waschbär-Katzen. 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 Den schmeiße ich mal jetzt weg hier. Nehmen wir diesen Cat-Tail mit. Was macht denn der? I think it's the swishing. Okay. Swish. Den Kompass schmeiße ich auch mal weg. Hey, schmeiß ihn weg. So. Das Fleisch will ich nämlich haben. Dankeschön. So. Ich glaube, ich bleib bei den Schweinchen. Ja, ich muss dich erstmal wieder finden. Hier oben ist nochmal Sand. Das ist ein Schwein, das von unten noch hier hochkommt. Also im Westen sind Büffel negativ, aber 10.000 Schweine. Aber kein König anscheinend. Guck mal, hier war unser Spawn. Dann bin ich hier zur Wüste und dann hoch. Die Straße hier. Nyaa. Du bist wahrscheinlich der Straße gefolgt. Ja. Ich bin nach links gelaufen. Ups. Du musst einfach der Leichenstraße nach oben folgen. Ja. Ich bin aber ewig weit weg jetzt. Weil ich so viel aufgedeckt hab hier drüben. Ich mach jetzt hier eine Base hin. Ich muss hier erstmal wieder durch den Sumpf rennen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist bei diesen Obelisten mit dem Schweinekönig. Aber okay, wird schon passen. Gibt ja doch auch irgendwie Stuff, ne? Ich weiß es nicht. Irgendwas. Ich mach jetzt hier einfach ein dickes Feuerchen hin. Mach hier das hin. So. Das sind voll die creepy Geräusche. Ja, das, äh... Das ist nicht schön. Could be. Could be. Das ist mein Rucksack. Können mich alle mal. So. Können mich alle mal am Popo lecken. Oh, oh, oh. Ähm. Der kann weg erstmal. Man kann nicht... Ah, man muss... Ach ja, genau. Den Backpack kannst du ja nur anhaben, wenn du... Ah, da fährst du dann keine Rüstung. Genau so war das. Okay. Mhm. 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 Okay. Essen hab ich. Dann pack ich die Plötel mal da rein. Die Flöte da rein. Ich hol mir jetzt meine Werkzeuge. Ich werd überhaupt nicht wahnsinnig irgendwie. Meine... Schön für dich. Aber mein Wahnsinn geht auch wieder hoch. Mein Geisteszustand ist immer... Max. Ich mein, du redest ja auch mit deiner toten... Kann ich ja nicht. Die ist ja nicht da. Die kommt mich ja nicht besuchen. Schnurr, schnurr, schnurr. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Nein, nicht den Baum fällen. Hä, wo geht's denn hier hoch? Ich seh nix. Oh, ich bin auch viel zu weit links. Hupsa. Hupsa. Hupsi Daisy. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man die Katzen killt. Ich mach's einfach. Awww. Die sind so flauschig. Blind. Aber sie geben Essen. Ich hab 29 Beeren. Das ist wunderschön. Und langsam anfangen zu gammeln. Ich hab halt nur mein Fleisch hier grade. So. Ein paar Stickies mit. Nein, mein Regenschirm fängt auch an zu gammeln. Hä? Ja. Weil der aus Blumen ist. Lol. Ehehe. 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 Ich hinterfrage das mal nicht. Ehehe. Es ist alles logisch. Keine Sorge. Kann man den kochen? Ehehe. 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 Das ist mit den Baumstumpf. Guckt, green cat. He cut girl up in... Geil in der. Oh cool. Da soll das Garn da nehmen? War da eine Katze. Oh, Cassie! Das seh ich auch ganz oft, ja. Cattcun. 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 Nee, ich bin in den Schweinedorf gegangen. Ah, die sind so knuffig. Pick up Rod. Was kann ich denn damit machen? Ich kann es erst mal in Chester stecken. Electrical Doodad. Doodad. Signs away. Lightning Rod. Protection from Strikes. Die können die Blitze einschlagen. Wo bist du jetzt dann gegangen, nachdem du nach Norden gegangen bist? Ich mach hier meine Map auf. Hier, guck. Immer den Weg weiter. Weiter der Straße folgen. Okay. Am Ende der Straße wirst du zum Dings kommen. Oh, hier ist dieser Schuh. Schuh, Schuh, Schuh. Am Ende der Straße. Endothermic Fire. Was macht das denn? Ich weiß nicht. Das macht wahrscheinlich Kälte oder so. Das kann sein. Und dann bist du, wenn du beim König bist, weiter links. Ich bin unter dem König. Noch weiter links. Da ist der König bei mir. Ach, da. Ah, okay. Ach, da bist du ja. Da bist du ja. Guten Tag. Hallo. Na? Guck mal, ich hab Chester. Das ist schön. Guck mal, wie knuff ich denn. Das ist wunderhübsch. Guck mal. Guck mal her. Kannst du vielleicht eine Kiste bauen? Ich kann jetzt erst mal einen Rucksack bauen. Hoffentlich. Eine Kiste wäre optimaler. Wo ist der Rucksack? Wo ist das denn? So. Äh. Vielleicht muss ich dafür... Ach nee, ich brauche jetzt mal einen Rucksack. Äh, Schatzi? Oh Gott. Was denn? Ich hab schon gedacht, du machst dir kein Licht an. Da ist ein bisschen Panik. Hast du Panik bekommen? Ja. Ich hab aber nichts mehr zum Feuern, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ich hab gerade alles verbastelt. Ja. Moment. Ich will aber ungern jetzt. Ich nehm das. So. Zufrieden? Weiß nicht. Ich hole noch ein bisschen Holz. So, jetzt. Ähm. Wehe, fein. Bing. Wie viel brauchen wir für eine Kiste? Weiß es nicht. Äh. Ist irgendwie anders hier mit dem Winter. Drei. Okay. So. Ich kann genau eine Kiste machen, dann hab ich kein Holz mehr. Ja, ist doch gut.